So und heute gibt es noch ein kleines Update-Video zum Thema Mushpink Life. Wir hatten ein kleines Update, ein relativ großes Update mit zwei neuen Dungeons und einem Rebirth-System, was ich heute einfach mal ganz kurz thematisieren will. Genau, es ist hier folgendermaßen. Es gibt die neuen Dungeons Floral Realm und Ancient Ruins. Man sieht ja schon beim Level, dass es hier noch eine zweite Anforderung gibt, und zwar vom Rebirth-Level-Rebirth-System. Für die, die es nicht mehr wissen oder vielleicht nicht erlebt haben damals, das Rebirth-System ist jetzt nichts Neues. Das gab es damals vor einigen Jahren bis vor vier, fünf Jahren ungefähr, glaube ich, ungefähr. Es war sehr beliebt bei High-Rage-Servern. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das heute noch gibt auf High-Rage-Servern. Wahrscheinlich noch auf Entropia oder in Forsaken, denke ich mal. Ansonsten habe ich das, glaube ich, bisher nicht mehr gesehen. Man levelt effektiv bis zum Maximallevel und dann nutzt man den Scroll und wird auf Level 1 zurückgesetzt. In der Regel kann man das Inventar behalten, also das Equipment behalten und angezogen lassen. Und dann levelt man quasi wieder hoch und hat quasi Rebirth-1. Dann gibt es zum Beispiel noch so kleine, ja, ich sag jetzt mal, Goodies. Also, ja, Bonis quasi, Item-Bonis, Stat-Bonis, wo man dann quasi was von hat. Hier haben wir zum Beispiel noch das System. Genau, also nochmal schnell schauen. Maximallevel ist 140 mit 99%. Dann hat man eben die Option, den Progress zu resetten, also quasi in das erste Rebirth-Level einzutreten. Und, ah ja, man geht nicht auf Level 1, man geht auf Level 60 Master. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das ist damals nicht so gewesen. Man kann alle das ganze Equipment behalten. Jedes Rebirth-Level gibt einen Reward. Genau, man braucht eben diesen Rebirth-Level, um die Dungeons zu betreten. Und 10 extra Stats für jedes Rebirth-Level. Es gibt scheinbar 10 Rebirths, VIP, Angelic Beat of Experience, Flasks und so weiter und so weiter. Am Ende nur noch Redchips. Ich weiß nicht, wie wertvoll das hier sind. Auf den meisten Serben hat die Redchips nicht sonderlich viel Wert. Ich weiß nicht, ob das hier gerade der beste Reward ist. Aber, da das hier drin ist, denke ich mal, dass es halt irgendwie schon recht krass ist wahrscheinlich. Und damit nochmal zurück ins Spiel. Hier gibt es zum Beispiel diese Floral Realm-Waffen, beziehungsweise diese Royal-Waffen. Es sind allerdings hier nur Recipes. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man die craftet. Auf jeden Fall, ich habe immer Dinge rausgesucht. So sind hier die Effekte. Ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz hier durch. Das Level-Requirement, denke ich mal, kann man dann ignorieren, weil man kann es immer anziehen. Also, zumindest wenn man halt Rebirth hat. Genau. Royal Stuff, den haben wir fast vergessen. Sorry. Genau. Dann gibt es noch die Ancient Ruins. Da gibt es dann eben... Ah, sorry. Ancient Ruins waren die Waffen hier. Floral waren die Sets hier zum Beispiel. Zum Beispiel Royal Defender. Das sind die Dinger. Zum Beispiel 46 STA, 26% HP, 13% DEV und Boss Monster Damage decreased plus 20%. Also sind dann schon relativ starke Schmucksets scheinbar. Und, ähm, genau. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Gibt es hier noch Schilder? Wait, hier gibt es auch noch Sets. Okay. Und... Helmstick... Ne, ich sehe gerade keine Schilder. Also, hier sind welche drin. Aber... Ne, ich weiß nicht. Ich glaube, die können nicht dazu. Wahrscheinlich sind die einfach nur drin gewesen oder so. Also, schauen wir uns doch ganz kurz die Sets an. Zum Beispiel Royal... Ähm, Harlequin Set oder so. Die haben PvP-Damage, PvE-Damage, Crit-Shaden-Attack, Crit-Rate und STR. Genau. Also, ähm... Neun Content auf alle Fälle auf MushpingFlife. Und... Ja. Auch noch ganz wichtig zu wissen hier. Es gibt einen... Oh, kann markieren. Einen Cooldown in Minuten. Das heißt, man hat keine so und so fiesen Entries jeden Tag. Sondern, ähm, man... Farmt das Ding dann quasi im ganzen Tag verteilt. Und nicht nur zweimal am Tag zum Beispiel.